ja hallo Leute willkommen zu einem neuen Let's Play of Brick Force und ja wir spielen ein Let's Play und ja das auf der Map Big Farm 2 von Florian und ich spiele jetzt auch gerade mit seinem Account wegen Overprose deswegen verkacke ich ich verkacke deswegen und ja ähm diesmal alleine kommentieren leider weil die anderen keine Zeit haben und keine Lust deswegen ja ich spiele gerade mit einer Abonnenten Frey und andere Leute und ja ähm deswegen spiele ich mit seinem Account weil er sehr viele Waffen hat die ich noch nie benutzt habe davor und deswegen möchte ich sie mal benutzen und ja mal schauen wie die so sind keine Eier jetzt bitte auf jeden Fall komm 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 schon das sind auch Leute aus meinem neuen Clan wenn ihr es wissen wollt Clan heißt äh wie heißt der Clan oder fail ich weiß nicht mehr wie der Clan heißt ist schon krass ähm der wurde mir geliehen von Florian828 weil er zur Zeit ähm nicht im Brickfaust kann für ein paar Monate und deswegen ja und die Leute die aus meinem Clan das gerade anschauen das ist die einzige und ja 1,5 fässer KD ist schon am Arsch und blöderweise habe ich auch keine Snake äh keine Spider ausgewählt das ist auch blöd und eigentlich möchte ich keinen Nade von dieser Art in meinen Let's Plays aber egal danke Eichschweider übrigens und ja ich hoffe euch gefällt auch dieses neue Intro und ja da läuft einer hinter mir oder über mir oder keine Ahnung was und ich habe es geschafft Halleluja mein erster Kind mein zweiter Kind war nicht puh auf jeden Fall wichtige Sachen wurden in der Lappé davor geredet und ich glaube das war es auch was ich irgendwie was ich irgendwie bereden wollte und ja deswegen ja schön am Prämieheeren hier und schön am Treffen wahrscheinlich mit Grafikbacken eh verarscht also mit der Snake das ist wirklich nicht zu spaßen ja es ist überhaupt nicht zu spaßen 16 HP ist schon achso Werder ist gerade da naja auf jeden Fall so fies gerade die Teams also ich finde deine Map richtig gut Florian also wirklich Respekt macht Spaß zu spielen und ja das ist alles was ich sagen soll alter das ist wirklich am Arsch gerade weg und ja ha endlich mit Doppelkehre war ja nicht mehr am fail aber jetzt hier wuuu geil ist schon krass wie das hier alter aber das ist auch hässlich von mir Frey dass die ganze Zeit hier diese Kills macht ah schade von der Nate gekillt naja ich glaube das mache ich jetzt später ach ihr mit eurem scheiß Prämie auch wenn ich gerade Prämie habe aber ah Gott ich kann jetzt nicht mehr meckern wegen Prämie die haben selber Prämie ich habe selber Prämie also kann ich nicht sagen und ja neues Aufräumeprogramm es hat sich sehr viel bewegt hier in der Woche so meine Nauseempfindlichkeit ist runtergestellt irgendwie keine Ahnung warum boah lass doch diese Nades nö Scherz danke für den Scherz war es sehr witzig Sauwerda danke dass du die Knie vor bist von mir ja mein Freund ist weg zu ihm jetzt ah kacki 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 Ganz ehrlich, also habt ihr das gerade gesehen? Also sowas, äh... Die letzte Attition war wirklich nicht sehr schön. Gerade. Okay, dann machen wir jetzt mal schnell Inventar hier. Also er hat richtig nice Inventar. Ich hab's blöderweise richtig doof umgestellt. Mal schnell Dreizack, um euch zu zeigen, wie der so ist. Was hab ich hier noch für Waffen? Die hier will ich... Die hier mal rein. Wahrscheinlich nervt es ihn gerade, wenn er das Let's Play sieht, dass ich alles umstelle. Mit der will ich jetzt mal nicht spielen. Die ist wirklich nur wichtig, die Waffe. Ja, okay. Das reicht eigentlich auch. Und ich. Okay, okay. Und ja, es geht gleich weiter, wenn ich die Map jetzt finde, die ich jetzt spielen wollte. Auf jeden Fall keine Riesen-Map. Jetzt muss ich die noch mal finden. Berlin auf jeden Fall nicht. Spaceflight auch nicht. Lost Hotel, nein. Dann spielen wir mal von auf einer Map von Mark. Ja. Okay, okay, jetzt spielen wir mal mit der Spider hier. Okay. Also, gut. Jetzt spielen wir mal auf der Map von... Auf der riesigsten Glitcher-Map der Welt. Hier, seht ihr schon die ersten Glitcher am Werk. Und auch eine übelste Nade-Map, muss ich sagen. So, Mark macht immer die kleinen Snaps. Hat geil Kill. Aber da wurde ich weggebämmt von Toprop. Und ja. Schnell Mail werfen. Toprop trifft auch Nade. Da kann ich halt so nix dafür, wenn ihr sagt, ich bin ein Nade-Noob. Also, ganz ehrlich. Alter, ne. So. Schnell mal bekommen. Okay, runter hier. Das geht ja noch gar nicht. Okay, die geht ab, die Waffe. Also, ganz ehrlich. Huh. Die ist richtig geil, die Spider, wenn die Max ab ist. Oh, sorry. Ich hab nicht... Ich muss, dass wir keinem okay machen. Da wurde ich von der Nade weggebämmt. Okay. 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 Ah, kacke. Nix da. Du kriegst mich nicht so leicht. So, mein Freund, hier weg wäre ich kurz mal. Da mal kurz ne Nade werfen. Und da mal wieder kurz ne Nade werfen. Wie ihr seht, er spielt auch mit der... Alter, 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 alter. Ah, will der mich ficken. Etzio ist reingekommen. Ja, nice. Alter, nein, nein, nein. Das ist aber richtig scheiße gerade. Etzio ist da. Kacke. Also, die Teams sind wieder geil. So, jetzt kommen da drei Zacken in dem Spiel. Das war nicht gut, um da zu schießen. Ah, schade, schade, schade. Das war scheiße, mein Freund. Ja, sorry, wenn ich jetzt kurz mal nichts gesagt habe. Ich bin gerade beschäftigt mit dem Gameplay hier. Und mit dem Noob, der sich gerade selber ein bisschen live abzieht. Und mit den Leuten, die in der Burg hier gerade in der Nade warten. Das war schon nice. Paetio hab ich nicht bekommen Shit Jetzt gehen alle auf mich Ich hätte diese Ansage lieber nicht machen sollen Ah und da kommt er von unten Oh man, 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 man Ich finde es schon krass Ist schon ein krasses Match jetzt gerade Vor allem mit Lecks könnte ich besser umgehen Und das war auch wieder scheiße Wiederum Alter, ey, das kann Man kann mich doch gerade ankotzen Wie die eine Mann, lass ihn machen Habe ich dich auch bekommen, mein Freund So, mal kurz glitschen Mal kurz schießen Okay, schon wieder ein Lose Ähm, ja Und ich glaube, das ist auch Das letzte Match, was wir jetzt machen Oder nicht, Leute Sagt mal Tschüss Tschüss YouTube Niemand antwortet Sagt mal Tschüss YouTube Okay, es dauert zu lange Also Tschüss und Dankeschön, dass ihr mitgeschaut habt Also es würde mich Ähm Freuen, wenn ihr uns abonniert Wenn das euch gefallen hat Und ja Liked schön die Videos Und Die Leute, die disliken Bitte habt auch einen Grund Also Tschüss